Wow! Hast du die Kleine gesehen? Ich bin Eva. Aja! Ich möchte ganz weit weg und rausfinden, was dort hinter den Felsen ist. Was ist? Kommst du? Nooo! Wie sollen wir denn jetzt Eva finden? Na, sie schnappen! Sie sind uns auf den Fersen! Aber, wenn du dennoch fliehen willst, weiß ich einen Weg. Wo steckst du? Eva! Ich bin nämlich ziemlich gut in Kung Fu, also solltest du mich lieber nicht wütend machen!